So, liebe Freunde, willkommen zurück bei eurem Aberköl, das wieder Blödsinn macht und wir spielen Home Alone. Ein Let's Show, nur glücklicherweise. Ein kurzes Let's Show, was ich hier mal reinschiebe, einfach so. Und wenn ich da oben sehe, Copyright 91 von Bethesda Softworks, Dingsbums. Bethesda, Bethesda, wie auch man das ausspricht, ihr seht es da oben gleich, gleich wenn der Bildschirm wieder wechselt. Level of Sound. Bethesda Softworks, das sind doch diese Rollenspiel-RPG Leute da hier mit Mass Effect und so, oder nicht? Oh, oh Gott. Okay, wir spielen Home Alone, also zu Deutsch, Kevin Allen zu Hause und da bin ich schon tot. Oh Gott, sieht das scheiße aus. No, no. Gott, das ist ja grauenhaft. Oh. Was ist das? Was ist das? Ah, ah, was, was, was mache ich denn? Okay, ich laufe hier so ganz seltsam hier rum und, äh, okay. Okay, das ist ziemlich weiß, das Ganze. Ich glaube, weil draußen Schnee liegt, okay. Und, ah, 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 was war das denn jetzt? Oh Gott, ich rallier gar nichts. Ich rallier gar nichts. Ich, ja, wie, ach du Scheiße. Leute, ah, ich rallier gar nichts. Ich rallier gar nichts. Was musst du hier machen? Was zur Hölle? Time left 20 Minuten, dann kommt die Eltern nach Hause, oder was? Ach, du Scheiße. Boah. Boah, wie, 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 was ist denn das für ein Haus? Was ist denn das für ein Haus? Das geht doch gar nicht. Was ist das für ein Haus? Warum kann ich nicht weitergehen? Doch, jetzt. Was ist das für eine Scheiße? Alter Schwede! Was hat Bethesda denn bitte schon da angestellt? Oh Gott, was, was ist das? Das ist doch wohl der größte Scheißdreck hier. Was? Sag mir nicht, ich kann mich im Tannenbaum verstecken. Was ist das denn für ein Mist? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Grafik sieht aus wie ein chaotisches Durcheinander von Zahlen. Die Steuerung ist, 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 ist extrem seltsam. Glaubt es mir. Die Steuerung ist extrem seltsam. So, das verstecke ich mir einfach mal hier. Und warum flippen die jetzt da so komisch rum? Okay, ich verstecke mich noch ein bisschen hier und, äh, ich, äh, trinke noch mal einen Schluck Kaffee dabei. Weil anscheinend hat man ja viel, sehr viel Zeit. Mhm. Ich trinke noch mal Start. Start. Timelift 1916. Das ist also, muss ich jetzt 20 Minuten hier mich verstecken hier, oder was? Ah, guck mal, da oben ist das Baumhaus aus dem Film. Das ist ja Porno. Das ist ja schick. Okay, das ist die Eingangstür. Da kommt der Eumelner wieder. Das muss ich wieder vor dem Weg laufen, oder was? Boah, wie schnell die sind. So, verstecken. Das klappt tatsächlich. Das klappt tatsächlich. Ich werde bescheuert. Oh, oh, was war das denn jetzt? Ach, der Keller. Okay, das ist Kevin allein zu Hause. Das, äh, total verhunzte. Was ist das denn für die Scheiße? Was sind das denn für bunte Bilder? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Dinger, die ich benutzen kann, aber das, nee, das ist, nee. Oh, was ist das? Oh, was, was, was zur Hölle? Was, was geht denn jetzt? Was, was, hä? Ah! Das Bild ist schrecklich. Mach das weg! Oh, mach das weg! Oh, was ist das denn für ein Scheiß hier? Oh, Gott! Oh, das ist doch so eine Kacke, ist das. Das gibt's da wohl nicht. Oh, Gott! Da kommt der Typ an, der sieht total... Hallo, Mr. Rapist. Ja, ich weiß, der wollte mich rapen und sowas. Ah! Oh, Gott! Boah, nee, dieses, 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 diesen Scheißspiel jetzt. Boah, nee! So, und jetzt? Jetzt habe ich das Ding hier, oder was? Jetzt das einsetzen, mach ich jetzt so, oder was? Oh, Gott! Ja, und jetzt soll ich die Damen aus dem Gefecht setzen, oder was? Oder hier dauerhaft hier? Super! Oh, Gott! Jetzt muss ich mich 20 Minuten lang mit diesen Idioten-Sachen von den Leuten verstecken, oder was? Oh, Gott! Einfach nur, weil ich hier solche so bunten Symbole einsammle. Und die dann dagegen laufen und dann ein paar Sekunden hier... Ah! Boah, diese Steuerung, die ist zum Kotzen! Okay, ich habe es zumindest raus, aber es bringt trotzdem nichts. Den letzten... Boah, das ist ja eine Scheiße, ist das hier. Gott, ist das eine Kacke. Ist das ein Scheiß, Leute, wirklich. Die Steuerung, das ist so ein verhunster Mist. So, jetzt lege ich das wieder ab. Ja, ich lege irgendwelche bunten Bildchen, Leute, in den Weg. Dann stolpeln die drüber und machen... Ja, es sind zwei hintereinander und danke, tschüss. Oh Gott! Und dann muss ich... 20 Minuten? 20 Minuten? Ist das euer Ernst? 20 Minuten, diese Scheiße? Ne. Ne, Leute. Das... Ne, da mache ich jetzt direkt schon Schluss. Ne, das... Also... Ne, danke. Ne, danke. Da soll die 20 Minuten weglaufen. Ne, danke. Aber echt jetzt? Ne. Boah! Boah, der hat das... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Mirkolle Kalken. Schaut direkt in eure Seele. Bah! Weg damit. Ähm, ja. 20 Minuten Versteckspielen mit diesem Scheiß. Boah, ne. Das ist ja... Oh! Hätte ich das... Hätte ich das als Kind damals geschenkt bekommen, ich wäre ausgeflippt. Boah, ist das ein Scheiß. Okay. Oh mein Gott! Was hat Bethesda... Gut, dass die heutzutage... Ich glaube, das ist doch Bethesda. Bethesda, das ist doch die... Oder wie die immer nur hier ausgesprochen werden. Das sind doch die, die hier Mass Effect und sowas machen, oder? Die machen doch hier Mass Effect. Hier haben die doch gemacht. Mass Effect und, äh... Äh... So Rollenspiel-Kram da. Und das machen die wenigstens nicht besser als den Mist. Oh Gott. Oh Gott, das ist eine... Oh, warum habe ich das bloß eingeschoben? Oh Gott, ist das schlecht. Okay. Leute, äh... Ne. Ne. Also... Das war ja Abakel. Bis zum nächsten Mal mit einem weiteren beschissenen Spiel. Was ich mir auch immer dann halb dafür einlassen werde. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö.